Junge, komm mit mir ins Nimmerland. Aber Peter, Panik, ich kann doch nicht fliegen. Nimm ein bisschen Feenstaub. Okay, ich... Hey Mädchen, ich werde dir jetzt ein Lied vorspielen und ich nenne es... Oh mein Gott, das ist eine Spinne. Oh, das ist so romantisch. Oh mein Gott! Können wir das schaffen, Leute? Bob, mit wem redest du? Mit meinem Werkzeug. Okay. Ich sehe tote Menschen. Oh mein Gott, Alter, zum Glück arbeitest du als Bestatter, sonst wäre es echt merkwürdig. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das wäre... Willkommen im Seminar fürs Diabolische Lachen. Timi, du fängst an. Schon nicht schlecht? Billy? Billy, du bist scheiße. Ich werde für deine Liebe kämpfen. Meine Ex ist vier Meter groß. Okay, okay, wir sind nur Freunde. Sie nennen mich den Presslufthammer. Warum das denn, Jack? Tja, weil ich einen besitze. Ich besitze so ein Gerät. Los Mädels, wir gehen uns Kaffee holen. Seid ihr dabei? Amanda? Natürlich, meine Süße. Samantha? Hey Süß, hast du Bock mit mir am Freitag aus? Alter, 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 das ist meine Freundin. Ach so, okay, gut. Kann ich mit deiner Freundin am Freitag... Sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe mich. Okay, gut, dann habe ich dir wollen. Sag mir, dass du dich liebst. 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 Bis zum nächsten Mal.